Hallo liebe SWE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TV11 Nachschuss. Wir begrüßen euch am Samstag aus Pirmasens. Hier im Frammerstadion auf der Husterhöhe ist unsere Elf am 29. Spieltag dieser Regionalligasaison angetreten. Die erste Halbzeit war noch ein bisschen zäh. Die zweite wurde dann dem Wetter entsprechend etwas stürmiger und auch positiver und am Ende gelingt unserer Elf damit dann auch ein 2 zu 0 Erfolg. Jill Hust hat sich nach dem Spiel mit Trainer Horst Steffen und den beiden Torschützen Lukas Schnellbacher und Eros Dazai unterhalten. Viel Spaß. Ja, Schnelli, 2 zu 0 beim FK Pirmasens. War das heute ein Sieg der Kategorie verdienter Arbeitssieg? Ja, anhand der zweiten Hälfte schon. Erste Halbzeit haben wir ein bisschen schlampig gespielt gehabt, aber auch zweite Halbzeit zum Reinkommen war es ein bisschen schwierig, aber dann haben wir uns reingearbeitet mit dem Eros. Super Freischusstor, das ist natürlich so ein Dosenöffner und dann lässt sich natürlich einfacher spielen, ja. Du hast die erste Halbzeit ja von außen beobachten können, der Trainer und die Mannschaft hat nicht unbedingt zufrieden gewirkt. Was ist da konkret schief gelaufen? Was hast du von außen beobachten können? Ja, ich denke, wir haben wenig in die Tiefe gespielt, eher Kombinationsfußball und es war halt auf dem Platz sehr schwierig, der ein bisschen holprig war. Und ja, dann ist es schwierig in die Tiefe nach vorne zu kommen, gefährlich vor das Tor zu kommen und sich vielleicht über Torchancen dann das gewisse Etwas zu holen, ja. Eros dann mit dem Dosenöffner, du hast es gesagt, du mit dem Sonntagsvolley muss man fast sagen. Was war denn das für eine Bude? Ja, es war ein Eckball und der Ball ist eigentlich in die falsche Richtung gegangen, vom Tor weg. Und ich bin rückwärts gelaufen, habe ihm dann Volley genommen, es ist natürlich schön, dass er reingegangen ist. War auch für meinen Bruder, der heute 18 geworden ist, natürlich schön und ja. Hast du ihm das schon mitgeteilt, das Tor, oder? Ne, ich hoffe, er sieht es dann später irgendwann. Dann vielen Dank und nochmal Glückwunsch zum Tor. Dankeschön, alles klar. Horst, ich habe dich heute so ein bisschen beobachtet, vor allem deine Gesichtsausdrücke beobachtet. Auf dem Weg in die Kabine sah das so ein bisschen erzürnt und nicht unbedingt zufrieden aus. Jetzt nach dem Spiel doch wieder das Lächeln auf dem Gesicht. Ich glaube, dieser zweite Gesichtsausdruck gefällt mir heute deutlich besser, oder? Ja, mir auch. Also, dass wir das Spiel gewonnen haben, lag sicherlich nicht an der ersten Halbzeit. Die war einfach wirklich nicht das, was wir spielen können, nicht im Ansatz das, was wir spielen können. Da waren wir sehr träge unterwegs, haben viele Bälle einfach auch hergeschenkt, unnötig. Und ja, dementsprechend gab es in der Halbzeit auch mal eine Ansprache, die die Jungs ein bisschen wachrütteln sollte. Und das hat sie dann auch gezeigt in der zweiten Halbzeit. Wir haben natürlich ein schönes Freistoßtor von Eros gesehen, was uns dann noch mal ein bisschen Mumm gegeben hat, noch mehr ins Spiel wieder zu kommen. Ja, und dann bin ich natürlich ganz froh, wenn Schnelli noch so einen reinhaut. Mit einem 2-0-Sieg hier nach Hause zu fahren, nachdem Pirmasens zuletzt recht erfolgreich war, bin ich doch ganz glücklich drum. Wir wollen immer drei Punkte holen und wenn das gelingt, dann habe ich meistens ein Lächeln auf den Lippen. Man sagt ja immer so schön, woran hat es gelegen? Woran hat es denn konkret in der ersten Halbzeit gelegen? Ja, das ist für mich schwierig einzuschätzen, weil wir normalerweise immer eine gute Handlungsstelligkeit haben. Heute war das nicht der Fall zu Beginn, dass wir immer das Gefühl oder ich immer das Gefühl hatte, wir kommen ein Schrittchen zu spät. Also das heißt, auch gedanklich haben wir schon eine Sekunde gebraucht, um unsere Meter zu machen. Und eine Erklärung kann ich da nicht für finden. Gut, wir haben Gott sei Dank die Null gehalten und dann in der Halbzeit eben auch entsprechende Maßnahmen ergriffen, dass es besser wurde und darüber freue ich mich. Aber wir dürfen uns nicht noch mal so eine Halbzeit erlauben. Wir wollen nicht unbedingt ins Detail gehen, aber wie kann man sich so eine Halbzeitansprache dann von dir vorstellen? Ja, es war schon laut und auch emotional, weil ich einfach sage, so kann man es nicht machen. Und da musste ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Die mussten schon angekratzt sein in der Halbzeit, dass sie merken, hey, der Trainer ist echt total sauer. Wir müssen uns straffen, wir müssen jetzt mehr investieren. Und ich glaube, das hat gefruchtet. Ich glaube auch, dass jeder das Gefühl hatte, so richtig geil spielen wir heute nicht. Und dementsprechend auch die Erwartung wahrscheinlich da ist, hey, jetzt muss was passieren. Ja, und dementsprechend ist was passiert. Und gut, meine Stimme war ein bisschen lauter. Und dann zum Schluss gab es noch ein, zwei konkrete Hinweise. So läuft dann mal eine Ansprache ab, wo ich das Gefühl hatte, in der ersten Halbzeit läuft nicht viel. Du hast ja einen kämpferischen Gegner mit Pirmasens erwartet. Waren sie auch so im Spiel? Wie hast du sie erlebt? Ja, sie haben uns nicht in Ruhe gelassen, muss man ganz klar sagen. Sie haben uns bis zum Schluss nicht in Ruhe gelassen. Und dementsprechend haben wir ganz wenig Möglichkeiten, richtig zu kombinieren. Haben aber dann auch gerade zweite Halbzeit unsere Kontersituation dann auch noch ein Stück weit verschenkt, wo wir Pässe hätten finden können. Das war zu bemängeln. Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir ein nicht so gutes Spiel 2-0 gewonnen haben. Das haben wir auch nicht oft. Wir haben schon richtig geile Spiele geliefert und nicht gewonnen. Insofern nehme ich das heute auch mal so hin. Jetzt haben wir wieder eine Woche Zeit. Dann geht es auswärts nach Koblenz. Kleiner Ausblick deinerseits? Ja, Koblenz finde ich ganz gut gerade. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen. Es sind gute Spieler im Winter noch dazugekommen. Sie sind sehr stabil. Es ist kein Vergleich mehr zum Hinspiel und kein Vergleich auch zur letzten Saison. Also da wartet schon ein richtig guter Gegner auf uns. Und trotzdem dürfen wir unsere Auswärtsserie einfach auch fortsetzen. Letzte Frage nach so einem intensiven Spiel. Erwicht man sich da selbst, dass man auch mal auf die anderen Ergebnisse nach dem Spiel jetzt direkt schaut? Ja, das ist immer interessant. Nach dem Spiel gucke ich schon gerne auf die Ergebnisse und auf die Tabelle. Und wenn wir ein paar Punkte gut machen können, ist das immer gut. Und deshalb ist ja klar, dass die Tabelle für uns auch extrem wichtig ist. Und solange wir spielen, bin ich sehr fokussiert auf das, was wir da machen. Vielen Dank. Gerne. Er hat es schon wieder getan. Eros Dazai trifft hier mit einem wunderschön sehenswerten Freistoßtreffer zum zwischenzeitlichen 1-0 für die SVE im Auswärtsspiel beim FK Pirmasens. Ja, dein Kollege Schnelli hat gesagt, das war heute sozusagen der Dosenöffner. War das für dich auch der Dosenöffner? Ja, ich denke, das kann man so bezeichnen. Es war ein schwieriges Spiel. Ein hartes Stück Arbeit, wie gesagt. In der ersten Halbzeit haben wir versucht, nach vorne zu spielen. Wir haben uns nicht ganz viele Torchancen herausgespielt. Es sind ein paar Mal in 16 Jahren gekommen, dann nicht gut zu Ende gespielt. Und dann zum Tor läuft es, sage ich mal, ein bisschen einfacher für die Mannschaft. Und wir haben es dann zum Ende hin auch gut wegverteidigt. Deswegen denke ich. Du hast ja schon öfter so tolle Tore gemacht. Es scheint so ein bisschen ja dein Faible zu sein. Mich würde interessieren, hast du das in der Jugend irgendwie dir angeeignet, anstudiert? Und wer war vielleicht auch dein Vorbild? Gab es das so jemand wie Beckham? Ja, so ein Vorbild hatte ich nicht wirklich. Ich habe wirklich viel trainiert in der Jugend, Freistoße zu schießen. Und das zahlt sich ja zum Glück aus. Wollen wir auf das heutige Spiel, beziehungsweise auf die letzte Woche noch mal zu reden kommen? War ja so ein bisschen nach dem Derby hatte man sich mental schon auf Stadtallendorf vorgestellt, dann einen Tag vorher die Spielabsage. Was macht das mit einem als Spieler, wenn man eigentlich schon bei dem einen Gegner ist, dann aber plötzlich heißt Spielabsage und neuer Gegner Pirmasens? Ja, ich fand es gar nicht so schlimm. Also wir hatten damit gerechnet, dass es vielleicht ausfällt, weil wir schon gehört hatten, dass gegen Frankfurt die mit wenigen Spielern angereist sind. Ja, wir haben es dann einfach so angenommen und uns bestmöglich auf das heutige Spiel vorbereitet und konnten das auch zum Glück gewinnen. Wie hast du hier die Stimmung erlebt, beziehungsweise das Spiel auch? Ja, es war ein bisschen träge in der ersten Halbzeit. Wir haben uns was vorgenommen. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird, was es dann auch geworden ist. Wie gesagt, ja, zum Glück ist das 1-0 dann als Dosenöffner gefallen und dann legt schnell die Klasse mit dem 2-0 nach und dann, wie gesagt, verteidigen wir es gut weg zum Ende und haben dann auch noch die ein oder andere Möglichkeit. Aber alles in allem sind wir froh, dass wir gewinnen konnten. Steffen hat es eben gesagt, er wurde in der Kabine ein bisschen lauter. Merkt man als Spieler, wenn man dann in der Kabine sitzt, dass das vielleicht noch mal so paar Prozente mehr auslöst, wenn man dann noch mal auf den Platz gibt? Ja, ich denke schon, wenn da was vom Trainer kommt, dass man das einfach richtig aufnimmt und versucht, es dann auch auf dem Platz rauszulassen. Und ich denke, die zweite Halbzeit war dann auch besser und engagierter auch. Und das hat man dann auch gesehen. Intensives Spiel. Du hast es gesagt, wie viel Zeit bleibt jetzt bis nächste Woche? Wie sieht die Vorbereitung auf Koblenz aus? Ja, ich denke, wir werden genauso konzentriert uns vorbereiten wie auf jedes andere Spiel. Wie der Trainer mal gesagt hat, jedes Spiel ist ein Endspiel und genauso werden wir es auch angehen und hoffentlich dann auch mit einem Sieg bereichern. Glückwunsch noch mal zum Treffer und genieß ihn später im Fernsehen. Vielen Dank. Ich danke dir. Danke.